Musik Mein Name ist Barbara Samitz, ich bin selbstständige PR-Beraterin und Trainerin und habe die HAC absolviert. In meinem Beruf geht alles um Kommunikation. Das heißt, ich berate auf der einen Seite als PR-Beraterin Unternehmen dabei, wie sie in der Öffentlichkeit bekannt werden, wie ihre Produkte in der Öffentlichkeit bekannt werden und auf der anderen Seite bin ich Trainerin für den Bereich Kommunikation. Musik Das Beste bzw. Schönste an meinem Beruf ist, dass ich jeden Tag anders erlebe, jeder Tag unterschiedlich ist. Musik Sozusagen Learning by Doing und durch viel Glück. Ich bin nach der Schule in ein Unternehmen gekommen, das gerade dabei war, seine PR-Abteilung aufzubauen und habe dort mitarbeiten dürfen und habe sozusagen nebenbei dann berufsbegleitend einen Lehrgang gemacht für Öffentlichkeitsarbeit und so bin ich sozusagen zu PR gekommen. Musik Die HAC-Ausbildung hilft mir vor allem jetzt, seit ich selbstständig bin, weil ich ein sehr gutes kaufmännisches Grundwissen bekommen habe. Mein Lieblingsfach war eigentlich Turnen. Dass ich eine gute, solide Grundausbildung bekommen habe, sehr viele Freundschaften geschlossen habe und durch das auch noch immer ein sehr, sehr gutes Netzwerk in der Region. Das auch wenn es vielleicht schwierig ist oder vielleicht sie es jetzt nicht sehen können, dass sie einfach darauf vertrauen, dass die Ausbildung eine ganz gute ist und eine sehr, sehr gute, solide Grundausbildung eben mitgegeben wird.